Jan Regensburg verlebte wahrlich einen Horrorstart in die Zweitligasaison und ist nun auf der Suche nach einem neuen Trainer. Wer kann es richten? Und ist Jan Regensburg überhaupt noch zu retten? Mit diesem Video blicke ich auf potenzielle Nachfolgekandidaten für den gerade entlassenen Joe Anox. Dabei werde ich erst mögliche Trainerprofile definieren und danach auf einzelne Kandidaten blicken. Ich habe hier drei ausführlich vorbereitet und werde auch ein paar andere Namen ansprechen. Wenn euch Videos dieser Art gefallen, zeigt das Ganze gerne doch mit einem Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr das Video auch mit Freunden oder auf Social Media teilen. Neben meinem Kanal betreibe ich zusammen mit meinem Bruder einen Zweitliga-Podcast. Der heißt Erste, liebe Zweite Liga, den findet ihr auf YouTube, auf Spotify und eigentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich bin eben immer noch nicht zu Hause in meinem normalen Set. Entsprechend hoffe ich, dass das ja alles mit Color Correction, mit Nachbearbeitung doch noch ganz vernünftig aussieht. Aber die Kulisse hier, das ist eigentlich auch nicht der Standard und ich bin halt durch die Wetterbedingungen, dadurch, dass es so brutal dunkel ist, dazu gezwungen, hier vor den Fenstern aufzunehmen. Na, superschöne Sache auch. Hochwertiges Licht, das verkauft sich ziemlich teuer. Was sich nicht besonders teuer verkauft hat, ist Jan Regensburg bei seiner Partie am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg. Mit 3 zu 8 musste man sich dort geschlagen geben und das ist die Kirsche auf der Sahnetorte, auf der vergurrenen Sahnetorte des schwachen Saisonstarts. 4 Punkte hat man bisher geholt und 4 Tore geschossen, dazu 30 Gegentore bekommen. Das sind drabenschwarze Zahlen und ich glaube, so im Fanlager ist die Stimmung nicht ganz so entspannt. Das muss man erstmal durchmachen können. Im ganzen Jahr 2024 hat er Jan 6 Spiele gewonnen und 7 Mal unentschieden gespielt. Gegenüber stehen 16 Pflichtspiel-Niederlagen und Platz 18 der Rückrundentabelle der 3. Liga. Da waren gerade mal der VfB Lübeck und der MSV Duisburg zwei Absteiger schlechter. Dass man aufgestiegen ist in der Relegation, ist im Endeffekt extrem glücklich und die Mannschaft, die wirkt, mit Joe Enox als Trainer leider dysfunktional. Von der Qualität her scheint es einfach nicht zu reichen. Genau das hat man aber im letzten Jahr auch über Eintracht Braunschweig gesagt, die dennoch den Turnaround geschafft haben. Auf dem Papier sieht natürlich alles ziemlich blöd aus, aber das rettende Ufer, das ist eigentlich gar nicht so weit entfernt. Würde man jetzt 2 Siege holen, 1 Sieg, 2 Unentschieden, dann würde man wohl über dem Strich stehen oder zumindest dann wieder so ein bisschen nach oben blicken können. Man ist noch nicht abgestiegen, auch wenn der Saisonstart echt katastrophal gelaufen ist. Ganz wichtig war hier eben der Sieg gegen Ulm. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, übernimmt Co-Trainer Andreas Patzer den Stuhl und man hat schon verlauten lassen, dass man sich ein bisschen Zeit bei der Trainersuche lässt und jetzt erstmal ein Profil schärft, um den richtigen Nachfolgekandidaten zu bestimmen. Ich habe das auch getan und möchte nun auf die beiden Profile, die ich definiert habe, zu sprechen kommen. Meiner Meinung nach gibt es zwei Wege, wie Jan Regensburg jetzt mit der Situation umgehen kann. Option Nummer 1, einen jungen Coach verpflichten, der mit einer klaren Spielidee grenzt und vielleicht auch etwas Mut mit dem Ball im eigenen Ballbesitz mitbringt. Jemand, der in irgendeiner Form Fußball spielen lassen will und sich darauf versteht, ein Team fußballerisch weiterzuentwickeln. Wenn man Tabellenletzter ist und so in die Saison gekommen ist, hat man eigentlich nicht so viel zu verlieren und ich glaube auch beim Jan hat man von Beginn an zweigleisig geplant. Warum nicht einem talentierten Trainer die Chance geben und sagen, hey, du bist unser Mann, auch bei Abstieg machen wir mit dir weiter, du sollst das Team weiterbringen. Das erfordert natürlich eine gewisse Risikobereitschaft und kann nach hinten losgehen. Man könnte einen Trainer hier komplett verbrennen. Aber man macht eben was anderes, als es andere Vereine immer wieder tun. Denn Option 2, die ist natürlich klar. Hol einen Zweitliga-erfahrenen Feuerwehrmann, der bis Saisonende da ist und das Team stabilisiert und den bedingungslosen Abstiegskampf annimmt. Der Jan kann so schauen, was in diesem Jahr noch geht. Und wenn man absteigt, dann macht man einfach einen Neustart mit einem neuen Trainer in Liga 3. Und wenn nicht, hat man die Klasse gehalten und kann schauen, in welcher Konstellation man weitermacht. Ich traue Jan Regensburg als Verein durchaus zu, dass man auch den ersten Weg in Erwägung zieht. Eigentlich ist man mit Trainern immer recht geduldig und man hat sich selten aus dieser Suppe bedient und einen Coach geholt, der dafür steht, eine Mannschaft über kurze Zeit besser machen zu können. Mit Joe Ennox hatte man vorher einen Kandidaten, der lange in Zwickau und Osnabrück gearbeitet hat. Und mehr als Zilin Begovic kam er quasi aus der eigenen Schule und trainierte über drei Jahre erfolgreich, ehe es auch mit ihm bergab ging. Was man noch bedenken muss, entsprechend des Torverhältnisses und den gezeigten Leistungen, ist der Jan vermutlich das schwächste Team der 2. Liga. Es wird wohl einige Trainer geben, die sich einer potenziell so karriereschädigenden Hürde nicht so wirklich annehmen wollen. Ich meine, die Situation wird auf jeden Fall schwer. Man hat hier mit einem der qualitativ schlechtesten Teams der Liga zu tun und im Endeffekt könnte man auch brachial scheitern, wenn man auf die letzten Leistungen guckt. Nicht jeder Trainer wird Bock darauf haben. Doch einige spannende Optionen, die gibt's auf jeden Fall. Mein erster Kandidat, der ist kein Unbekannter beim Jahren. Von 2010 bis 2012 spielt er in der ersten Mannschaft. 2003, 2004 war er Teil der zweiten Mannschaft. Tobias Schweinsteiger coachte zuletzt den VfL Osnabrück, stieg mit diesem überraschend in die zweite Bundesliga auf und scheiterte dort ebenfalls früh. Dennoch hat er gerade in der Rückrunde in der dritten Liga bewiesen, dass er ein Team formen kann und eine Mannschaft in ein unglaubliches Form hochführen kann. Eine wichtige Qualität, wenn es darum geht, die Klasse zu halten. Zudem ist Schweinsteiger wohl ein heimatverbundener Typ und in Regensburg wäre er deutlich näher an seiner Heimat im Bundesland Bayern. Auch spielt er meiner Meinung nach Fußball, der einem Underdog gut liegen kann. Mit dem VfL Osnabrück hat er in der dritten Liga keinesfalls die Sterne vom Himmel gespielt. Das war kein 90% Ballbesitz, wir nehmen den Gegner auseinander Fußball, sondern war schon ein bisschen passender auf ein Team, das jetzt nicht den Favoritenstatus inne hatte. Um einen Blick auf sein Spielziel zu werfen, habe ich nochmal altes Material gesichtet und ein paar Testspiele geschaut, denn diesen meistens Jahre später noch auf YouTube verfügbar. Der VfL Osnabrück agierte dort durchaus intensiv gegen den Ball und versuchte vorne schnell umzuschalten. Also eine Schablone, die auf den Jahren gut passen könnte. Dabei bietet aber nicht nur Arbeitsfußball an. Er hat viel mehr Ideen oder bringt viel mehr Ideen mit als dieser klassische Feuerwehrmann. Gegen den Ball lief man dort vor allem im 4-3-1-2 in der gegnerischen Zone an, stellte phasenweise hoch zu, im Mittelfeldpressing wurde das Ganze eher zu einem 4-3-3. Nach Balleroberung ging es dann darum, durchs Zentrum schnell umzuschalten. Man will natürlich die Tiefe bespielen, den Gegner in Unordnung erwischen und den Weg zum Tor schnellstmöglich suchen, um Abschlüsse zu kreieren und so potenziell natürlich Tore zu schießen. Wenn man das Spiel in eigener Kontrolle hatte, dann machte man das aus einem 2-3-2-3-Aufbau. Auch hier sah man immer wieder lange Bälle, um schnell viel Raum zu überbrücken. Das bedeutet, der Innenverteidiger gibt mit einem mittellangen, einem langen Ball in den Halbraum und man versucht dann, in die Tiefe zu kommen. Also eben dieses Rezept, den Gegner vor Probleme zu stellen. Denn wenn der Gegner erstmal hinten steht und das von ihm anvisierte Positionsspiel erreicht hat, diese Stabilität, die Statik hergestellt hat, dann wird es viel schwerer, ihn zu knacken. Gegen tiefstehende Gegner rückte die Osnabrücker Mannschaft nach. Man besetzte die Box durchaus hoch und brachte einige Spieler in die Offensivzone. Und im Mittelfeld bot man dann auch häufiger mal Kombinationsspiel und spielerisch gute Lösungen an. Wie gesagt, es ist nicht dieser eindimensionale Abstiegskampf-Fußball, da steckt schon mehr dahinter. Auch weil man bei Schweinsteiger keinesfalls von Favorit im Ball sprechen kann. Ich glaube, aufgrund der richtig guten Rückrunde mit dem VfL Osnabrück hat Schweinsteiger so ein bisschen mehr Kredit in Deutschland, als er eigentlich verdient hätte. Er ist ein guter Trainer, der, wie gesagt, einige tolle Ideen mitbringt und ein Team natürlich besser machen kann. Aber ich glaube, dass seine Spielidee auch wirklich nicht von Dominanz oder sonst was geprägt ist und er deshalb bei einem Verein der Kragenweite Regensburg gut passen könnte. Auch wenn er mit Osnabrück eben genau an diesem Punkt gescheitert ist. Dennoch halte ich Schweinsteiger prinzipiell für einen guten Coach, der auch rein menschlich zum Verein passen würde. Alois Schwarz ist der Feuerwehrmann in Person. Ein sehr Zweitliga-erfahrener Trainer, der sich schon zigmal in dieser Lage befunden hat und der noch nie abgestiegen ist. Fairerweise, er wurde immer vorm Abstieg entlassen. Aber wenn er auf Pressekonferenzen sagt, ich bin noch nie abgestiegen, hat er damit vollkommen recht. Und nicht nur ist er nie abgestiegen, mehrfach rettete er die Teams auch vor dem Abstieg und schaffte in aussichtslosen Lagen noch den Klassenerhalt. Mit Hansa im Jahr 2022-23 übernahm er eine abgeschlagene Mannschaft auf Rang 17 und holte viele, viele Punkte. Das war wirklich schwarze Magie. Niemand hätte mehr damit gerechnet, dass wir die Korgel die Klasse halten und dank Schwarz gelang es irgendwie. Der Fußball ist dabei das Gegenteil von schön. Der Fußball ist gerade mit Ball teilweise brachial schlecht, aber den Erfolg, den kann man ihm nicht absprechen. Er kann in Teamform und vor allem defensive Stabilität auf den Platz bringen. Blicken wir auf den erfolgreichen Zweitligasaisonstart 2023-24 mit Hansa Rostock, präsentierte sich sein Team dort im 5-3-2 gegen den Ball und ließ sich relativ tief fallen. So zeigte man kaum hohes Anlaufen und war doch sehr passiv. Pressing gab es, wenn dann erst im Mittelfeld. Es ging in allererster Linie darum, die gefährlichen Räume zu schließen und dem Gegner erstmal den Ball zu überlassen und ihn dazu zu bringen, immer höher zu schieben, sodass hinter der Kette Platz aufgeht. In dieser Tiefenordnung ließ man sich echt weit zurückfallen. Auch die Schienenspieler waren gegen den Ball eben sehr defensiv und wenn der Gegner dann in der eigenen Hälfte war, dann zeigte man auch wirklich einen tiefen Block in der eigenen Box. Es geht eben darum, defensiv möglichst wenig zuzulassen. Die Offensive ist zweitrangig, denn Alois Schwarz als Trainer möchte in erster Linie Fußball verhindern. Wenn man den Ball dann gewinnt, dann ging es darum, über lange Bälle hinter die Kette zu kommen. Mit Kai Pröger hat man einen Spieler, der bereits erfolgreich unter Schwarz gespielt hat und genau dieses Profil sucht er eben. Bei Hansa hatte er immer wieder Offensivspieler, die mit viel Tempo brillieren konnten und deshalb eben da eingesetzt werden konnten. Auch wenn man offensiv leider wirklich wenig anbot und die Spieler gerade vor dem Tor immer wieder scheiterten. Wenn man das Spiel dann mal selber aufbauen muss, dann geschah das oft aus einem 3-4-2-1 mit Ball. Die Kugel wurde dann nach außen gegeben auf den Schienenspieler, der es mit einem vertikalen Pass hinter die Kette in den Halbraum versuchte, wo einer der vorderen Spieler einen Lauf startete und dann eine Hereingabe schlug. Ganz einfaches Muster, aber sehr ausrechenbar. Wie gesagt, Hansa und Alois Schwarz war echt offensiv schwach, was einerseits an den fehlenden Ideen mit Ball lag, andererseits daran, dass das Rezept sehr ausrechenbar war und auch an den Individualspielern, die vor dem Tor nicht wirklich ihre beste Zeit hatten. Ein weiteres Problem, was ich als Hansa von damals immer gesehen habe, ist die fehlende Besetzung im Mittelfeld. Schwarz Team konnte exklusiv über den Flügel kommen, denn das Mittelfeld war viel zu dünn besetzt. Im Zentrum hatte man nicht die nötige Manpower. Im Zentrum wollte man gar nicht agieren. Und das ist so eine zusätzliche Komponente bei der Ausrechenbarkeit. Wenn du in der Mitte keine Spiele hast, die du anspielen kannst, dann weiß der Gegner, dass du über außen kommen musst. Letztendlich kann Schwarz eine Mannschaft nicht so wirklich weiterentwickeln, aber zumindest für den Abstiegskampf ist er ein optimaler Kandidat. Er hat es immer wieder gezeigt und sein Rezept hatte dort mit diesen Teams viel Erfolg. Auch wenn das alles so ein bisschen pessimistisch klingt, ich bin klar ein Favorit davon, den Trainer zu haben, der mit Ball mehr Ideen mitbringt, aber in der aktuellen Lage könnte ein Alu Schwarz der perfekte Fit sein. Ich habe entsprechend noch einen dritten Kandidaten, der auch eher für den jungen Trainer, der den Ball spielen lassen will, steht. Und das ist Danny Geim, der ebenfalls aus Bayern stammt. Er war jahrelang Trainer im Nachwuchs von Hoffenheim und im Nachwuchs der Bayern. Entsprechend bekam er dann im letzten Jahr einen Profijob und verantwortete den Neuaufbau beim SV Sandhausen, nachdem die abgestiegen waren. Allerdings bekam er nicht so wirklich eine richtige Chance und musste nach 12 Spielen und 16 Punkten in der Liga wieder gehen. Auch er möchte ganz klar Fußball spielen lassen. Man findet und sucht unter ihm spielerische Lösungen, auch wenn Ballbesitz dabei nicht entscheidend ist. Sein SV Sandhausen hatte eben häufiger weniger Ballbesitz und trotzdem immer wieder mit dem Ball gut in Phasen agiert. Zudem ist er ein Trainer, der durchaus flexibel ist. Er bot Dreier- und Viererkette an und versuchte immer wieder zu verändern. Auch im Spiel gibt es bei ihm diese Anpassungen. Auch für ihn habe ich wieder Testspielmaterial aus der letzten Saison gesichtet. Sein Team agierte im 5-3-2 gegen den Ball und schob immer wieder hoch, lief an und stellte den gegnerischen Aufbau zu. Dazu bewegte sich einer der Mittelfeldspieler aus dem 5-3-2 in die vorderste Linie, sodass man mit drei Spielern anlief. Insgesamt agierte man hier intensiv und versuchte den Aufbau des Gegners zu unterbinden, was mir schon mal prinzipiell sehr gut gefällt, aber natürlich ein großes Risiko mitbringt. Im Aufbau hatte man mehrere Lösungen. Einerseits spielte man den in der Dreierkette im 3-1-4-2 oder einer Art des 3-1-4-2, den die Spieler rotierten und bewegten sich relativ viel. Auf der anderen Seite im 2-4-4. Immer wieder ging der Ball im Aufbau nach außen und man suchte dann wieder den Weg in die Mitte. Insgesamt versuchte man dann aus dem Zentrum Löse über Steckpässe, über Kombinationen oder Seitenverlagerungen auf eine freie Seite zu schaffen. Das war mit Ball schon alles gefällig. Natürlich enttäuschte seinen SV Sandhausen, denn 16 Punkte aus 12 Spielen sind nicht die Bilanz eines Teams, welches auch in diesem Jahr aufsteigend oben mitspielen wollte. Allerdings bekam er wirklich wenig Zeit und übernahm ihm einen Verein, der gerade erst abgestiegen war. Für eine wirklich faire Bewertung reicht das nicht, aber Galben galt nicht umsonst als talentierter Trainer und ich glaube auch, dass er eine Verbesserung erwirken kann. Das sind erstmal die drei Lösungen, die ich hier so ein bisschen ausführen wollte. Für den Trainertyp Feuerwehrmann gibt es natürlich noch viele, viele weitere Beispiele. Uwe Koschinat hat im letzten Jahr mit dem VfL Osnabrück einen aussichtsloseren Kandidaten übernommen und konnte auch dort eine Verbesserung erwirken. Wenn du ganz tief in die Trickkiste greifen möchtest, dann gibt es auch noch Leute wie Thomas Oral und einige andere Kandidaten, die eben genau dafür stehen, ein Team in irgendeiner Form durch effektiven Fußball so ein bisschen nach vorne zu führen. Schlussendlich ist trotz des Horrorstarts eigentlich noch nicht so wirklich was verloren. Ich bin wirklich gespannt, welchen Weg der Jan einschlägt. Was denkst du? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare. Welchen Trainer sollte Jan Regensburg holen? Welchen Fußball wünschst du dir? Und glaubst du, dass man irgendwie noch den Klassenhalt realisieren kann oder man eigentlich jetzt schon nur für Liga 3 planen muss? Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es doch gern mit Freunden oder auf Social Media, damit es auch die sogenannte Jahn-Bubble auf Social Media erreicht. Like das Ganze doch gerne, abonniere meinen Kanal, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, aktiviere die Glocke und check unseren Spotify und YouTube und sonst überall vorhandenen Podcast Erste Liebe Zweite Liga ab, wenn du dich für die zweite Bundesliga interessierst, die ja aktuell bei Jan Regensburg noch Thema ist. Ich hoffe, ihr hattet mit dem Video richtig viel Spaß. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Tschüss!